Oh mein Gott. Oh fuck. Oh scheiße. Sie ist auferstanden. Hälsenzahl ist da drin. Sie ist echt gefährlich. Aber ich auch. Gepauscht! Hope, sweet hope. Ey, wann gibt's eigentlich mehr von dem Grünzeug? Was ist mit dem Mais passiert? Ich geb mal ne linke Tito für ne Piña Colada. Aber die stehen doch nicht auf der Kampi, oder? Hier geht es um mehr als nur Profitladies. Ich kann dir erzählen, wie du hier überlebst. Du lässt dich mit Kriminellen ein? Solltest dir entgangen sein. Diese Bude hier ist voller Krimineller. Und wir sind zwei davon. Drei. Wenn man die Hulle Nuss da mitzählt. Zeigen Sie Leistung. Oder ich find jemanden, der ihren Job macht. Mendes ist wieder da, Bitches. Chapman im Besucherbereich melden. Und wo ist Daddy? Wir haben abgemacht, dass wir's dir nicht sagen. Aber du kannst raten. Ist Daddy tot? Papa geht's gut, aber... Polly, Larry, Großmutter. Großmutter ist tot. Großmutter krank. Großmutter ist totkrank. Ja, Großmutter liegt im Sterben. Großmutter stirb! Es ist einfach Kacke, findst du nicht? Als wir hier drin festsitzen und die Welt draußen sich immer weiter dreht. Wir verschwenden die besten Jahre unseres Lebens hier drin. Ich hab meinen süßen, hahnlosen, verlobten und meine berechnende, hinreißende Ex verloren. Und ich hab kein Zuhause mehr. Sing with me, sing for the love, sing for the laughter and sing for the tears. Sing with me, just for today, maybe tomorrow the good Lord will take you. Ich bin eine Gefangene. Ich habe gar nichts. Was soll ich bitte tun? Sie werden bestimmt ein großartiger Vater. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt, oder?